so ihr seht mich jetzt nicht vor der kamera weil ich habe jetzt einigermaßen für mich so gut positioniert dass ihr jetzt bei einer münzreinigung dabei seid ich habe das schon vor tagen angefangen also das ist jetzt nicht der absolute fundzustand aber ich mache es deswegen weil ich habe jetzt eine neue kamera und wollte das mal ausprobieren ob ihr so mit dabei sein könnt das ist jetzt ein volli eigentlich ein sehr schöner sehr gut erhaltener volli und ich reinige jetzt und werde ein bisschen vielleicht dazu noch erzählen ansonsten schaut zu ich habe den volli nass wie ihr seht also der ist immer bei mir feucht wenn ihn weiter bearbeite um eben sage ich mal mal besser den dreck anzulösen um zu sehen was los ist und was noch fest drauf verkrustet ist und ja wie gesagt ich fange jetzt mal an ihr guckt einfach zu also es ist wichtig wenn er zahnbürsten verwendet so wie ihr auch immer tun dass er ganz leicht drüber geht ihr seht es ja selber also nicht mit sehr viel druck ein leichter druck ist okay aber auch mehr nicht soll ja nur den schmutz anlösen und was manchmal zu fest drauf sitzt deswegen arbeite ich ja unter dem stereoskop löse ich dann hinterher mit meinem geeigneten werkzeug was ich auch für die reinigung selber herstelle und ja das andere würde eigentlich nichts bringen man könnte jetzt natürlich auch ja klar wenn man fest erreicht geht natürlich auch mehr ab aber auch ich sag mal ihr beschädigt die münze oder das objekt an sich ganz leicht reiben immer wieder gucken wo noch drecklose ist den soweit anlösen von dem objekt gucken wie es darunter ausschaut und dann weiter wie gesagt ich mache das jetzt erstmal die diese seite soweit fertig so was ich anlösen kann und den rest den bearbeiten wir gleich mit einem werkzeug aber so wie es aussieht habe ich schon sehr gut vorgearbeitet ja wie gesagt an der münze saß ich jetzt mittlerweile gute ja ich würde mal sagen mit bausen acht stunden ja acht stunden auf jeden fall ich kann jetzt nicht auf die minute genau sagen aber acht stunden waren das schon bestimmt gewesen und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen das ist jetzt nur ein volli also das macht man eigentlich nur wenn man ja so jack ist wie ich weil im verhältnis zur arbeitszeit und wert ihr fragt ja immer nach dem wert wenn man sowas käuflich erwerbt steht in keinem verhältnis aus hat ist jetzt ein ganz seltener typ jetzt nehmen wir die andere seite machen wir jetzt auch mal einmal dabei sind vorsichtig anlösen wie gesagt den rest hinter mit meinem werkzeug das schöne an der münze sagt war ein volli der eine leichte versilberung drauf hat oder hatte vielmehr die ist jetzt runter dadurch immer ziemlich gut erhalten aber das werde ich euch hinterher mit bildern dann zeigen weil auch so eine action cam kann glaube ich nicht den zustand an sich gut einfangen außer man müsste jetzt sage ich mal durch das okular filmen und fotografieren aber da bin ich ja jetzt gerade mit am arbeiten und das funktioniert so nicht wie gesagt immer ganz wenig druck immer viel wasser nehmen dass es runter spült so läuft der schmutz ab und was nicht abgeht wird dann hinter stück für stück verarbeitet und danach werden wir noch konservieren also das ist wirklich mal ein ja ich sag jetzt mal wirklich ein top stück was ich hier habe also ihr könnt hat jetzt leider nicht unter dem mikroskop zu sehen wie ich also total erhabene buchstaben ja das ist alles wirklich sehr schön kaum abgegriffen also ich glaube die münze die war kaum im umlauf gewesen ich nehme jetzt kein skapelle bewusst nicht weil die nadel ist vorne feiner also spitzer nach unten hin ich möchte jetzt nicht die patina beschädigen oder an der gleichen der schmutz der sitzt ziemlich leicht also ich brauche auf wenig druck nur man muss wirklich sehr vorsichtig arbeiten ich hoffe dass ihr seht wie ich hier arbeite also mit wenig druck wirklich nur so viel hat man wirklich nichts beschädigt ich hatte ja heute ein kommentar gelesen zu meinem video zur münzreinigung zur reinigung der silber münze mit anschließender patinierung da hat sich ja ein ja ich sag mal ein abonnent denke ich mir mal oder ich sag mal ich habe ja den kanal freigeschaltet da drüber moniert oder vielmehr was heißt moniert nicht nein er hat seine bedenken geäußert dass wenn man münzen schrubbt oder abreit oder mit chemie behandelt dass der wert einer solcher einen solchen objekte dadurch fällt das ist soweit richtig da hat die person vollkommen mit recht nur wie gesagt ich mache das schon ein paar jahrzehnte also ich möchte mich damit sage ich mal auf die schulter mit kloppen also wie gesagt ich mache das schon fast 40 jahre ich habe auch für auktionen gemacht also das ist nicht so dass ich statt hier sage ich mal mal aus larifari mache und euch hier Mist erzähle also wenn man es kann steigert man den wert dadurch verringert sich nicht der wert ein wert ist im sinne eines betrachters dass wenn die münze im guten zustand ist oder in einem sammelwürdigen zustand ist eine münze verschmutzt oder verkrustet dann ist sie nicht im sammelwürdigen zustand weil sich kein münz sammler und das könnt ihr mal glauben kein münz sammler eine verkrustete münze hin legt und sagt ja toll die ist sehr selten klar wenn sie selten ist legt dass sie sich auch hin aber das ist ein belegstück aber ist gut frei prepariert ohne beschädigung wir reden jetzt ohne jegliche beschädigung die man da rein macht dass man die patina zerkratzt oder abplatzt oder mit chemie so arbeitet dass poren entstehen das ist klar dann tut man den wert der münze vermindern aber deswegen mache ich ja jetzt die videos und zeige euch wie es eigentlich ja was heißt richtig ich habe es auch nicht gelernt also ich muss euch sagen ich bin kein gelernter restaurator ich habe mir alles selber beigebracht ich bin ein handwerker und ich war wirklich ein ziemlich guter handwerker in meinem beruf und ich weiß wovon ich spreche aber wenn man vorsichtig umgeht also ich habe bis heutzutage zwar auch meine fehler gemacht und auch sachen kaputt restauriert aber das waren zu anfangs zeiten heute sage ich steigere einen wert eines objektes wenn ihr es restauriert habt also können wir schon glauben und wenn man richtig anwendet dann ist das auch so ihr werdet ja hinter die münze und dann auf dem bild sehen und da kann jeder sich ein bild darüber machen ob das ordentlich gemacht ist oder ob das ich sag mal nicht ordentlich ist auch die person die ich hoffe dass sich den firm auch anguckt und sagt was selber sieht dass die münze sehr gut geeinigt worden ist ohne beschädigung hoffen wir es mal ich bin ja noch nicht ganz fertig mir kann ja auch was passieren also ich bin ja auch nicht fehlerlos also wer das von sich behauptet der lügt also ich bin auch ein mensch der fehler hat und auch mir passieren fehler nur ich probiere so soweit einzudämmen und zu grenzen wie es nur geht da geht schon wieder mein handy aber ich glaube ich bin ziemlich schnell heute durch hier mit ich hatte die noch eingelegt im wasser ihr habt das ja gesehen das so nass war wie gesagt lasst euch von den anderen nichts erzählen die sagen jetzt schadet der patina ihr seht ja selber ich bin hier mit wasser am arbeiten das ding lage im wasser also das ist jetzt absoluter blödsinn außer es ist eine ich sag mal außerdem ist eine brösel patina oder so eine schmier patina wie soll ich euch erklären wie so lehmartig wenn man drüber reibt dass die so unterschmiert da ist es klar die muss man trocknen und stabilisieren aber eine normale patina da passiert ja nichts weil die münzen wie gesagt oder die objekte die ich jetzt hier frei prepariere die lagen im boden und wie gesagt die münze hier die ihr seht das ist jetzt einer aus dem dritten jahrhundert wir gehen jetzt 300 nach christus aus wir haben heute das 2020 also ist die 1720 jahre in der erde gewesen so und deswegen sage ich da ist so viel wasser dran gekommen das kann ich ja nicht mehr in der zeit sag ich mal mal wo ich die münze besitze oder in meinem leben mehr der münze amt tun also wie gesagt lasst euch da nicht bekloppt machen von leuten die einfach nur was schreiben wollen oder irgendwas sagen wollen also wie gesagt umsonst sage ich euch das schon nicht und wie gesagt glaubt mir ich weiß wovon ich spreche davon habe ich auch ahnung wer mich kennt oder meine sache kennt ich habe ja nicht ich fange ja jetzt erst an euch das ganze zu zeigen viele kennen mich aus ja schon mal schon viele jahre her und auch von den stammtischen her und vom treffen und wie gesagt einige sind ja auch bei der archäologin bei der frau tuttlis wo sie auch die genehmigung haben und da können wir mal die leute fragen was die archäologen über mich sagen und über das restaurieren von mir also da brauche ich nicht mehr zu sagen das ist noch den rest und das war dann für die münze also ganz leicht mal drüber und dann unter fließendem wasser mal kurz abspülen dafür muss ich mal ganz kurz aus dem bild mit der münze aber ich hoffe dass das so gut drin ist im bild und jetzt gehe ich mal ganz kurz abspülen jetzt haben wir die münze soweit fertig jetzt werden wir noch abtrocknen ich werde mal hier den platz ein bisschen sauber machen ansonsten wie gesagt naja ein paar bilder aber wir machen müssen ja sowieso noch versiegeln noch die münze ich muss noch mal meinen westblick machen dazu in ordnung ist ob ich damit zufrieden bin ich würde mal sagen die seite ist sehr schön geworden kann ich belassen die andere seite ist auch sehr schön geworden also kann man belassen so wie sie ist so jetzt werden wir mal die münze konservieren ich packe erstmal mein ganzes zeug weg ich lasse den fokus auf der münze ich muss jetzt mal mein stereoskop weg packen so könnt ihr euch noch mal ein bisschen angucken und dann werden wir jetzt gleich zusammen konservieren und wenn also ein stereoskop hat deckt es immer ab dann hat so wie ich die keller aufgeräumt habe da wird nicht zu staub bei mir sieht man dann wie ein bomben aber auch nur deswegen weil ich wirklich viele tage keine zeit hatte hier mein keller aufzuräumen normal sieht es hier nicht so aus könnt ihr mal glauben aber ich hatte wirklich jetzt keine zeit gehabt hier steht alles kreuz und quer und fliegt alles kreuz und quer und bis ich den aufgeräumt habe dauert mehrere mehrere stunden oder tage mittlerweile so dass fertig ist jetzt nehmen wir uns wieder unser kleines kistchen da sind meine sachen drin die ich brauche ein pinsel brauchen wir nicht oder nehmen wir einen pinsel zum wachs auf dran nein nehmen wir nicht das tuch nehmen wir uns auch schon mal hin den fön für die münze ein wenig anzuwärmen einstecken und dann kann man auch schon fast loslegen hier bin ich wieder und jetzt fangen wir an ein stück zähler abreißen dass man die da oben drauf okay ja 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 da zeige ich euch auch noch mal ein trick hinterher wenn bei euch das wachs ein bisschen hart geworden ist da können wir das wieder mit waschbenzin lösen dafür müsst ihr nur das wachs in ein warmen wasserbad setzen bis es komplett flüssig ist und dann gibt ein bisschen waschbenzin bei und damit ist das ganze wieder in Ordnung so einer seite tun wir mal ein bisschen an ein bisschen den rand nicht vergessen bisschen durch die finger reiben wenn ich Handschuhe habe so wie ich macht das ja nichts der Münze weil ihr habt ja kein fett an den finger sonst tun wir sie noch mal warm machen dass das wachs nicht fließt mal einreiben was noch ein Pinselchen ist oder viel mehr hier in dem Ohrenstäbchen in der Watte Tja heißt es jetzt Ohrenstäbchen oder Q-Tipp ich weiß es ja nicht ich habe das mal damals gehört so die Bezeichnung kann ich nicht mehr sagen also hier ist ein Reisefüll der wird also nie heiß also das legen wir hier hin ihr seid mit dabei das lassen wir einen Moment trocknen normalerweise ist die Einziehzeit circa zwischen einer Minute und fünf Minuten die vollständige Aushärtung sag ich mal ist nach circa ja ich würde mal sagen zwölf stunden 24 stunden wäre besser aber zwölf stunden ist ausgehärtet ausgehärtet und dann passiert auch schon nichts mehr und somit ist die Münze schon konserviert ihr seht wie schnell sowas geht also mal rauf da nicht lang für dann werden wir sie jetzt gleich noch polieren und dann werde ich euch später das Endergebnis ja als Bilddarstellung zeigen mal die Bürste ein bisschen sauber machen und jetzt können wir schon mal anfangen zu polieren es ist ja nicht viel Wachs drauf ich hoffe dass ihr das seht und dann legen wir sie mal hin und wie gesagt ganz leicht mit Druck ihr wollt ja nichts kaputkulieren nur versiegeln und wenn ihr mal zu viel Wachs drauf habt da ist ja auch die Anfrage gekommen manche Leute haben ja die Münzen dann weißlich oder weißliche Ränder oder schimmert weiß das kommt dadurch weil ihr zu viel Wachs aufgetragen habt und es nicht richtig runter gearbeitet habt da macht das einfach ihr nehmt euch wieder ein Föhn macht den an haltet den mal eine Minute drauf dann wird das Wachs flüssig nehmt euch einen flusselfreien Lappen oder so ein Zevertuch tupft die Münze ab macht das ein zweimal dann ist dann überschüssiger Wachs weg und danach poliert das wieder und wollt ihr mal eine Münze komplett entwachsen dann legt das einfach macht das warm nehmt euch Waschbenzin oder Isopropanol Alkohol also was kleines Gläschen legt die Münze dann im warmen Zustand für eine Stunde ein und danach ist auch das Wachs weg also sollte das mal so der Fall sein nur ich würde jetzt keine Münze äh sag ich jetzt mal das Wachs runter machen ne ich hau sie mal besser fest ich mag sowas ja nicht wenn eine Münze runterfällt so und wir sind fertig so ich zeige euch jetzt das nochmal na na ich sollte die Hand dahinter nehmen war mal so ein Tipp und ich schläge sie mal drauf ich hoffe dass man das so sieht ansonsten seht also nachher wie gesagt auf dem Bild von mir was ich nachher mache und damit schließe ich jetzt hier mal so einen kleinen Reinigungsbeitrag zu einer Münze ab wie gesagt wie versprochen ich werde euch nach und nach auch zeigen ähm bei Münzen die ich gerade anfange zu restaurieren jetzt habe ich ja wie gesagt eine neue Kamera und ich hoffe ich hoffe dass ich so richtig eingestellt habe und ihr könnt alles sehen ansonsten seht es mir nah ich muss noch mit der Kamera lernen also man hat nie einen zweiten Versuch ne also ich kann jetzt die Münze nicht wieder auf Ohrzustand aber dafür habe ich ja noch andere Sachen die ich restaurieren kann das werde ich dann machen also bis okay wieder ich geh ver